Hey Leute, hier ist wieder euer Abro Game. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Green Hell. Also, wir warten noch kurz, bis ich das hier alles durch habe. Und es ist höchstwahrscheinlich Trockenzeit. Duschen kann ich noch. Wasser hat sich ein bisschen angesammelt. Und, okay, ich mache es so sicher, sicher. Ohne Karte laufe ich dann rum und dann stehe ich da bei so einem Vollfasten. Unsicher. Beschütten. Da, jetzt haben wir zwei Einheiten. Bisschen was zum Essen. Haben wir Verband, ja. Pfeile haben wir auch genug. Alles in Ordnung. Unsere Werte sind... Okay. Trockenzeit, da ist nichts mehr drin. Da muss ich endlich mal anfangen, hier... Äh, was einzupflanzen. Wir sind durch. 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 Jetzt sind wir zu schwer. Warum sind wir zu schwer? Zum Beispiel Speer habe ich zwei Stück, nehme ich nicht mit. Mach ich so. Baue ich alles hier rein. Den haue ich auch hier rein. 48. Den brauche ich auch nicht. Mit schleppen. Ähm. Sperr und das ganze Zeug kann ich ja hier lassen. 6%. Den lasse ich hier. 57. 6%. 6%. Die nehme ich mit. Passt schon. Okay. So weit, so gut. Ich lege mich noch ein bisschen hin. Wie spät haben wir es? Ja, das geht schon. Ich lege mich ein bisschen hin. Die Energie voll ist. Zack. Okay, wir checken los. Essen mal eine Banane, nehmen welche mit. Okay, wir machen jetzt so. Diesen Fluss entlang. Bis ans Ende. Dann glaube ich, müssten wir. Irgendwo da hinten in die Höhle rein. Und dann kommen wir zum Dings hinter. Da nicht. Wir müssen so lang. Äh, sag mal du. Wie heißt das nochmal? In die Höhle. Und dann kommen wir zum Boot. Wo bist du? Da vorne ist der. Kein Thema. Schön, dass ich dich gefunden habe. Nicht so viel schreiend. Da vorne ist das Dorf. Ich bringe dich gleich zurück. Ja. Oha, flippert gleich nicht aus. Wir sind viel zu schwer. Wir haben viel zu viel dabei. Keine Angst, ich bringe dich noch zurück. Ja, die Mama ist bestimmt im Dorf. Ja. Ja. Oha, nicht so heftig. Oha, warum bin ich so schwer? Ich lass dich noch. Okay, was haben wir da? 46. 46. 46. Ja, das brauche ich alles. Okay, die Kohle schmeiße ich weg. Sammeln. Oha, ich bin schlecht. Ich weiß, dass er viel zufrieden war. Das war's. Das war's. Ja, weil ich es sind. Ja, Ich weiß auf keinen Fall. Meine. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ja, da sind wir doch, endlich Hallo Wagyi, ich hab noch so'n Bimmel gefunden Jo Ja, gern geschehen, hab ich doch gerne für dich gemacht Jetzt schauen wir mal 465 Ok Ich habe mich aber von meinem eigentlichen Ziel abgelenkt Aber kein Thema Ja, die chillen sich ab Die arbeiten Äh, soll ich lieber schlafen gehen? Aber es ist noch viel zu früh Äh, aber Wenn ich jetzt am Äh, wenn ich das Boot finde Habe ich ja dort auch eine Speicherschelter Und da könnte ich ja auch, ähm Das Spiel speichern Und dort schlafen gehen Ja, das ist noch ein bisschen Ich bin da, das ist noch ein bisschen Ich bin da, ich bin da ich hätte nicht gebraucht aber ja momentan nicht egal ich bin Okay, ich denke, dass ich schon irgendwo in der Nähe bin. Ja, 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 ja. Aber dort kann ich nicht speichern. Irgendwo da hinten ist es. Hoffentlich erwische ich keinen Krokodil. Ja, Mann, ich bin schon da. Ich kenne das schon, ich kenne das schon. Ja, da ist das Ding. Vom Boot. Jawohl, Alter, ich freue mich voll. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Und hier bekommen wir unser Map. Und danach zischen wir zurück. Weil wir müssen dann eh wieder herkommen. Bevor es ganz dunkel wird. Wieso brauche ich nicht? Aber vielleicht kann ich den hier wechseln. 57 und der ist 300. Ja, erst nehme ich mal so mit. Ich brauche die Map, meine Freunde. Und, uh... Ich brauche die Pak, meine Freunde, hinbeziehen ihn. Mein Mann, mein Name, meine Freunde. Ich brauche die Angela gerne einen follower. Irgendwo's. Oh man, ich muss tauchen und es ist zu dunkel fürs Tauchen. Oh man, ich muss tauchen, ich muss tauchen, ich muss tauchen. Oh man, ich muss tauchen, ich muss tauchen, ich muss tauchen. Oh man, ich muss tauchen, ich muss tauchen, ich muss tauchen. Oh man, 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 ich muss tauchen, ich muss tauchen, ich muss tauchen, ich muss tauchen. Oh man, ich muss tauchen, ich muss tauchen. Oh man, ich muss tauchen, ich muss tauchen. Okay, hat keinen Sinn. Ich muss mich schlafen legen. Werte. Okay, ich muss tauchen, ich muss tauchen, ich muss tauchen, ich muss tauchen. Ich muss tauchen. Oh, come on. Okay, jetzt sehen wir auch ein bisschen was. Das ist doch immer auch tauchen, glaube ich. Okay. Okay. Ja, und hier müsste dann die Karte sein. Okay. 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 So, was haben wir, wie eine ganze Familie am Start? Ja, wir gucken mal unsere Werte, wir können ein bisschen was futtern und natürlich trinken. Ja, geht schon, ich hätte die Bananen nicht alle wegschnabbeln sollen. Magenpilze. Ich muss schnell weg, weil hier ist der Keilmahn unterwegs. Bevor er uns hier anknabbert oder sonst noch was macht, einfach nur verschwinden. Ja, ich muss schnell wegschnabbert werden. Wir müssen hier einfach nur gerade aussehen. Bokai. Bokai. Weil da vorne war auch eine Höhle. Ich muss einfach nur geradeaus. Und da ist der Hunter. Ja. Nein. Nein. Ich muss nach Norden. So rüber. Norden. Oder nicht. Norden ist so lang. Ja. Jetzt fängt die Kacke wieder an. Okay. Wir sind hier bei uns am Boot. Also war doch richtig, dass ich dann da oben entlang laufen muss. Jetzt. Wir machen so. Wir speichern. Äh. Tak. Tak. Passt schon. Wir haben gespeichert. Wir laufen jetzt dahinter. Und hier. Laufen wir hoch. Jetzt haben wir alles gefunden. Ja. Da geht's. Ich soll mich. Wir. Wir sind. Wir laufen jetzt. Wir laufen jetzt wieder. Wir sind defaar. Wir lassen. Wir bleiben. Wir gehen. Wir müssen so lange, glaube ich. Ja, die Map muss alles nachholen, deswegen oben tut er eins nach dem andern, aktivieren, schau, Karten, neue Orte, neue Orte. Und da ist unsere Bude. Schön, erfolgreiche Runde, wir haben die Map bekommen, wir sind heil angekommen, essen wir uns noch eine Banane, alles gut, wir gehen hoch. Nehmen noch einen Schluck. Äh, hallo, das wollte ich doch gar nicht machen. Okay, können wir uns auch herstellen. Passt. Okay. Ah ja. Es regnet. Trinken. Trinken. Trinken wir die Schalen leer. Okay. Okay, hat mich sehr, 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 sehr gefreut, dass ich jetzt endlich die Map habe. Das haben wir kontrolliert, da vorne ist eine Höhle, hier ist noch was, das haben wir alles kaputt gemacht, dann sind wir hier. Okay. Aber. Und Heutling, wir sind irgendwo hier am Ende, gell. Wir sind irgendwo hier, also müssen wir nach Norden aufziehen. Nach Norden, so lang. Nach Norden. Nach Norden. Eigentlich haben wir da hinten nichts kontrolliert. Suspann. So. An Höhle. Und I ев ultrasounden. Als impro wie am alt des Beatles. Und hier haben wir noch viele again, alsoverschende Alten. L Beck ist eine E Nestung. Haben wir gespeichert? Wir haben gespeichert. Dann haben wir es selbst gefunden. Wenn wir weiter laufen, kommen wir dahin. Dann checken wir dahinten alles ab. Aber das ist halt die eine Höhle. Da war ich ja schon. Da siehst du. Eine Legende. Das geht tief runter. Wo haben wir die Legende hier? Dann müssen wir Nord-Ost. Äh. Irgendwie so. Nordöstlich. Ich muss. Irgendwie hoch. Ja, bevor ich irgendwas mache. Beenden wir dann die Folge. Gehen speichern. Nehmen wir uns die Dina noch mit. Ja. Die Gäste. Weil im Endeffekt eine Legende haben wir gefunden. und nicht dass wir da hinten jetzt sterben und dann die legende auch ok leute ich bedanke mich fürs zuschauen bleibt alle am ball aktiviert die glocke abonniert mein kanal bauen wir uns eine community auf ich bedanke mich fürs zuschauen bleibt gesund euer avro game